Mein Name ist Manuel Winzheimer, bin 23 Jahre alt und freue mich jetzt hier beim Klub zu sein. Ich bin als Spielertyp ein schwimmender Stürmer, spiele gerne um den Stürmer herum und ist da auch meine Stärke. Ich bin zwar flexibel einsetzbar, aber fühle mich im Zentrum am Wolsten. Meine Lieblingsposition ist wirklich im Zentrum, hinter dem Stürmer. Ich fühle mich da auch wohl, wenn ich einen zum Spielen habe. Ich sage mal so, ich bin jetzt nicht der Edeltechniker, ich bin einer, der gerne arbeitet, der viel läuft und sich für die Mannschaft aufopfert. Ich sage mal so, keiner kann alles perfekt. Ich glaube, jeder hat seine 1, 2, 3 Kleinigkeiten, wo man verbessern kann. Bei mir gehört ein bisschen das Kopfballspiel dazu. Das ist nicht das Beste, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin eher ein kompletter Spieler, der alles ein bisschen gut kann. Die Idee, wie der Klub spielt, hat mich überzeugt und habe jetzt gesehen, wie es in den letzten Jahren jetzt was herangewachsen ist und ich wollte ein Teil davon sein. Natürlich schaut man da drauf, wie die spielen. Ich habe die Spiele angeschaut und ja, hat mir gut gefallen. Das Team ist super, super entspannt, sind gute Charaktere, macht echt viel Spaß und das Umfeld ist auch natürlich schön. Ich kenne ja die Ecke hier und deswegen finde ich es schön, hier zu sein. Ich bin ein sehr ruhiger Typ eigentlich. Ich gehe immer mit meinem Hund und meiner Frau spazieren. Ich bin eher der Naturtyp und wohne jetzt nicht mitten in der Stadt und deswegen ist es ja schön, mal in der Natur wieder zu sein. Ich habe jetzt mit keinem gesprochen davor, aber Lino kenne ich noch gut von den Auswahlzeiten und deswegen hat es schon gepasst und kenne hier ein paar Leute und deswegen mit Jumbo ist natürlich auch gut, dass er hier ist und verstehe mich gut mit ihm und deswegen ist es passt schon. Ich fühle mich hier wohl und ich kenne ja die Gegend, deswegen finde ich es schön, wieder hier zu sein.